Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich handel 60 Sekunden bis zu zweimal. Mein Starttrade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade in Metatrader 5. Nach meinen Einstiegskriterien. Euro, Strahle, Dollar sieht gut aus. Hier steige ich ein. Leider zu spät. Britisch Pfund, US-Dollar. ... ... Wer diese Strategie erlernen möchte, kann sich noch das 31.12. für mein Privateinzelcoaching 10k pro Monat bewerben. Ab 2022 ist das nicht mehr möglich. Warum ist das nicht mehr möglich? Weil ich mehr Zeit in Malibu verbringen möchte und dies aufgrund der Zeitverschiebung nicht möglich ist, Coachings anzubieten. Perfekt gelaufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.